Herdeke-Hadeke liegt an der Ruhr im nördlichen Ennepe-Ruhrkreis in Nordrhein-Westfalen. Touristisch bedeutend sind neben dem hohen Freizeit- und Erholungswert der beiden Ruhrstauseen Hengsthai und Harkortsee sowie der bewaldeten Adai-Höhen unter anderem das Bachviertel als historische Altstadt mit vielen Fachwerkhäusern und der Tal überspannende, gut 30 Meter hohe Ruhr-Viadukt. Geografie Herdeke liegt direkt an der Ruhr mit ihren beiden Stauseen Hengsthai-See und Harkortsee, dem Ruhrtal und der Adai-Pforte. Landschaftlich gehört Herdeke zu den nordwestlichen Ausläufern des Sauerlandes und wird dem niederbergisch-merkischen Hügeland zugerechnet. Herdeke liegt auf einer Höhe von 80 bis 274 Meter ü. NN Unabhängig von naturräumlichen Gegebenheiten wird Herdeke als Bestandteil des Ruhrgebietes wahrgenommen. Von seiner Ehe dem auf Steinkohle und Großindustrie basierenden Wirtschaftsgeschichte wurde die Stadt jedoch nur indirekt beeinflusst. Im Stadtgebiet kommen nur geringmächtige Steinkohlenflötze vor, die zwar teilweise abgebaut, aber insgesamt als nicht abbauwürdig eingestuft wurden. Direkt angrenzende Städte sind im Uhrzeigersinn die kreisfreien Städte Dortmund und Hagen sowie Wetter und Witten. Die Stadt liegt mitten im Adai-Gebirge, einem Teil des rechtsrheinischen Schiefergebirges. Die oberflächennah anstehenden Gesteine stammen aus dem Oberkarbon. Es handelt sich dabei vorwiegend um Ton- und Schluffstein sowie Sandstein. Der Abbau des hier vorkommenden sogenannten Ruhrsandsteins in zahlreichen Steinbrüchen hat die Stadt sehr geprägt. Ein großer Steinbruch ist heute noch in Betrieb. In ihm werden Bruch- und Werksteine gewonnen. Herdecke gehört zum maritim beeinflussten nordwestdeutschen Klimabereich und weist mittlere Jahresniederschläge zwischen 850 und 900 mm sowie ein Jahresmittel der Temperatur von etwa 10,6 Grad Celsius auf. Herdecke liegt mit Ausnahme eines kleinen Zipfels an der Ruhrbrücke ausschließlich nördlich der Ruhr. Das Stadtgebiet dehnt sich in maximaler Länge etwa 8 km in Nord-Ost-West-Richtung und etwa 5 km in Nord-West-Ost-Richtung aus. Die Stadt Herdecke hat zwei Siedlungsgerne. Herdecke und Ende. Letzteres umfasst das ehemalige Amtende bzw. die Gemeindeende mit den Bauerschaften Kirchende, Ostende, Westende und Gedan sowie dem Villenvorort Ahlenberg. In Herdecke gibt es die folgenden Stadtteile mit ihren Einwohnerzahlen. Geschichte Nach Hermann Stange Vohls Werk Annalis Serviuli Westfalici wurde angeblich 819 ein Frauenstift von einer Frederona gegründet. Eine urkundliche Erwähnung findet jedoch erst 1214 statt. Die Zugehörigkeit der Klaustralgemeinschaft zum Benediktinerorden ist ab 1313 belegt. Im 15. Jahrhundert wird die Gemeinschaft in ein freiweltliches Damenstift überführt. Für den Stift wurde eine karolingische Basilika als Kirche erbaut. Der klösterliche Grundbesitz und das Stift Herdecke gelten als Keimzelle des Ortes. Das Stift wurde am 1. Januar 1812 aufgehoben. Heute steht an diesem Platz die Evangelische Stiftskirche Sankt Marien. 1324 fiel Herdecke aus kölnischem Besitz an die Grafschaft Mark. Als neuer Landesherr übernahm der Graf von der Stiftsäbtes in die Gerichtsbarkeit und errichtete am Stift einen Pranger, der bis 1700 existierte. 1355 bekam das Dorb Herikau von Graf Engelbad III von der Mark die Marktrechte verliehen. In den folgenden Jahrhunderten entwickelte sich aufgrund der verkehrstechnisch günstigen Lage am Ruhrübergang und am Schnittpunkt der großen Handelsstraßen zwischen Köln und Weserraum sowie Siegeland und Münsterland der regional bedeutsame Herdecker Kornmarkt. Der bis Ende des 19. Jahrhunderts bestand. 1594 erlosch die Feme und Freigerichtsbarkeit im Ort. 1615 wurde die Ortschaft zur Freiheit erhoben und 1739 verlief Friedrich Wilhelm I. Herdecke die Stadtrechte. Im Winter 1624-1625 diente die junge Freiheit Herdecke einer Garnison hispanischer Kriegsleute als Quartier und Lager. Die 4. Auflage von Mayers Konversationslexikon notierte 1888. Herdecke, Stadt im Preuß, Regierungsbezirk Arnsberg, Kreishagen 104 m ü. NN an der hier schiffbaren Ruhr und den Linien Hagen-Witten, H. Dahlhausen und Schwemm-Dortmund der Preußischen Staatsbahn, hat eine alte evangelische und eine Kat, Kirche, große Sandsteinbrüche, Fabriken für Tuch, Tabak, Leder, Papier und Eisenwaren, Färberei, Bierbrauerei und 4124 meist Evang. Einwohner Über der Stadt liegt der Kaisberg mit einem Turm zur Erinnerung an den Freiherrn vom Stein, entfernter die Trümmer der Hohensüburg der Neue. Aussichtsturm da selbst wurde dem Oberpräsidenten V. Finke zu Ehren errichtet. Unterhalb H. liegt der Sonnenstein ein 200 Meter hohes Plateau, auf welchem alljährlich im Juni der rheinisch-westfälische Törngau-Verband das bekannte Sonnensteinfest feiert. 1939 wurde Ende eingemeindet. Im Zweiten Weltkrieg hatte die Stadt die Patenschaft über das U-Boot U-751 übernommen, das am 17. Juli 1942 von britischen Flugzeugen im Atlantik versenkt wurde. Am 13. März 1939 wurde die bis dahin selbstständige Gemeinde Ende eingegliedert. Herdecke entwickelte sich im Laufe von zwei Jahrhunderten zwischen 1739 und 1939 von einem bäuerlich geprägten mittelalterlichen Marktort zu einer florierenden Kleinstadt. Die Bevölkerungszahl stieg in dieser Zeit fast auf das Achtfache. Seit der Eingemeindung von Ende im Jahr 1939 verzeichnete die Stadt bis 1993 erneut eine deutliche Zunahme der Bevölkerung um 147,25 Prozent. Dieses Wachstum ist insbesondere der günstigen Ruhrgebietsrandlage sowie seit der Diskussion um die Gemeindereform 1975 dem Wunsch geschuldet, durch über 25.000 Einwohner den städtischen Status zu behalten. In den 1990er Jahren erreichte die Einwohnerzahl mit rund 26.500 ihren Höhepunkt. Nach einer Stagnation zur Jahrtausendwende ist die Bevölkerungszahl rückläufig. Im Zuge der allgemeinen Bevölkerungsentwicklung ist mit einem weiteren Rückgang zu rechnen. Aufgrund der städtischen Siedlungsplanung und der damit verbundenen Bevölkerungsentwicklung gehört Herdecke zu den Spitzenreitern bei der Flächenversiegelung im gesamten Regierungsbezirk Arnsberg. Mehr als ein Drittel der Stadtfläche ist überbaut und es sind fast 300 Quadratmeter Bodenperson versiegelt. Politik Seit der Kommunalwahl 2009 gehören dem Rat der Stadt 38 Mitglieder an. Die Wahl am 25. Mai 2014 führte bei einer Wahlbeteiligung von 54,8% zu dem folgenden Ergebnis. Bei der Bürgermeisterwahl am 30. August 2009 konnte sich Katja Strauß-Köster mit 70,9% gegen die ehemalige Landtagsabgeordnete Renate Drucker durchsetzen. Strauß-Köster wurde als unabhängige Kandidatin von CDU, FDP und den Grünen unterstützt. Bei der Kommunalwahl 2004 war Bürgermeister Hans-Werner Koch von der SPD im ersten Wahlgang mit 51% der Stimmen bestätigt worden. Es besteht eine Städtepartnerschaft mit Blankenburg. Die Partnerstadt ist jedes Jahr auf der Herdecker-Maiwoche vertreten, wo neben typischen Speisen und Getränken aus dem Harz auch touristische Angebote vorgestellt werden. Auf dem Herdecker-Wappen ist eine silberne, auf einem Hügel stehende Eiche mit goldgelben Früchten auf rotem Schild abgebildet. Die örtlich sogenannte Hertha-Eiche ist schon lange das Zeichen der Stadt. Schon ein Stadtsiegel von 1784 zeigt einen Baum. Seit der Wappenverleihung 1902 durch das preußische Heroldsamt ist das offizielle Stadtwappen mit einer dreitürmigen Mauerkrone als Oberwappen. Versehen, Kultur und Sehenswürdigkeiten, siehe auch, allgemeine Baudenkmale, zahlreiche alte Bruchstein- und Fachwerkhäuser, Gutschede, Hausende, Hauskalenberg, Hausmalenkrot, Ruhr-Viadukt, Talüberspannende, gut 30 Meter hohe Eisenbahnbrücke, Industriekultur, Köppchenwerk, Kraftwerkstiftsmühle, Laufwasserkraftwerk, Hengsthai, Kirchen, Evangelische Dorfkirche, Kirchende, Evangelische Stiftskirche, Sankt, Marien, Katholische Pfarrkirche, Sankt, Philippus und Jakobus. Freizeit und Sport Neben den sich in der Natur anbietenden Sport- und Erholungsmöglichkeiten im Wald sowie auf und an den Stauseen verfügt Herdecke. Insbesondere mit dem weitgehend frei zugänglichen Freizeitzentrum Bleichstein mit öffentlichen Sportplätzen, Kletterwand, Halfpipe, Wiesenflächen und einem größeren Spielplatz über einen großen Anziehungspunkt für viele Besucher. Im Sommerhalbjahr ist das dort gelegene Freibad Freizeitbad Bleichstein mit Rutsche, Wildwasserkanal und Tauchturm ein beliebter Treffpunkt. Benachbart ist das Hallenbad Bleichstein. Neben der Sportanlage am Bleichstein besteht im Ortsteil Kirchende eine weitere Sportanlage am Kalkheck. Die Stadt verfügt damit und mit mehreren Reitsport- und Tennisanlagen einem Volksgolfplatz sowie sieben Sporthallen über ein sportliches Potenzial, das von den ansässigen Vereinen und ihren Mitgliedern intensiv genutzt wird. Die Liste der in Herdecke ansässigen Vereine ist lang. Die größten Sportvereine sind der TUSND e.V. und der TSV 1860 Herdecke e.V. Des Weiteren existieren noch andere kleine Sport- und Freizeitmöglichkeiten wie zum Beispiel Minigolf- und Kegelanlagen. Die Erfolge Herdecke-Sportlerinnen und Sportler sind teilweise von internationaler Qualität und haben die Herdecke-Vereine über die Stadtgrenzen hinaus bekannt gemacht. Einige Weltmeister und Olympiasieger kommen aus der Stadt. Die Stadt Herdecke hat zwar keinen eigentlichen Stadtsaal, aber es gibt zwei größere Veranstaltungssäle. 1984 wurde gemeinsam mit dem Hotel Zweibrückerhof der Ruhrfestsaal als kommunaler Bürgersaal mit städtischen Nutzungsrechten in privater Trägerschaft für bis zu 350 Besucher errichtet und 2005 erweitert. Seit 2001 gibt es zusätzlich als privaten Kammermusiksaal den Werner-Richards-Saal, geeignet ebenfalls für bis zu 350 Besucher. Die vom Herdecker Heimat- und Verkehrsverein C.V. betreute Heimatstube ist das einzige Museum der Stadt. Es existiert seit 1993 in einem historischen Gebäude am Stiftsplatz 3 in direkter Nähe zum Rathaus. Im Rahmen einer Dau-Rausstellung wird über verschiedene Aspekte der Stadtgeschichte informiert. Über Herdecke hinaus bekannt ist das ausschließlich ehrenamtlich getragene Theater am Stiftsplatz. Die Theatergruppe Theater Nea der e.V. Kirchengemeinde Herdecke bereichert seit 1992 mit abendfüllenden Theaterstücken das kulturelle Leben Herdeckes. Seit 1978 gibt es in Herdecke ein Programmkino, das Onnecon, welches von einem ehrenamtlich arbeitenden Verein getragen wird. Der Name des im städtischen Kulturhaus angesiedelten Programmkinos leitet sich ab von No Kino, rückwärts gelesen. Daneben besteht im Kulturhaus noch die städtische Ruhrgalerie mit unregelmäßigen, wechselnden Kunstausstellungen sowie über das Stadtgebiet verteilt einige private Künstlergalerien oder Ateliers. Regelmäßige Veranstaltungen Maiwoche Jedes Jahr wird von der Stadtverwaltung in der Christi-Himmelfahrt-Woche eine viertägige Veranstaltung mit historischem Kunst- und Töpfermarkt mit mittelalterlichen Elementen sowie Musik, Tanz und Sport in der Innenstadt organisiert. Ergänzt wird das Programm durch Stadtführungen, den Sackträgerlauf und die Kreative Straße. Viele Vereine und Organisationen tragen zur Gestaltung bei. Den Abschluss bildet stets ein Höhenfeuerwerk. Krammarkt Im Mai und Oktober findet jedes Jahr ein bunter Krammarkt in der Fußgängerzone statt. Wochenmarkt Jeden Donnerstagvormittag in der Fußgängerzone. Herdecker Citylauf Im Juni Volkslauf in der Innenstadt veranstaltet vom TSV Herdecke. Ender Citylauf Im September Volkslauf in Ende veranstaltet vom TUS Ende. Nikolauslauf Volkslauf zum Jahresabschluss veranstaltet vom RC Westfalen Herdecke. Schützenfeste Schützenverein Herdecke 1842 e.V. und Schützenverein Ende Schnee, Infrastruktur und Wirtschaft In Herdecke leben relativ viele einkommensstarke Menschen. Die Stadt steht in Bezug auf ihre Einwohnerzahl landesweit an fünfter Stelle. 2001 lebten in Herdecke 39 Einkommensmillionäre mit einem Jahreseinkommen von mehr als 500.000 Euro. Bei den vergangenen Gebietsreformdebatten wurde Herdecke vor allem wegen des hohen Einkommenssteueraufkommens seitens der Stadt Hagen mehrfach als Eingemeindungskandidat gehandelt. Besonders der gebürtige Hagener Innenminister Willi Weyer setzte sich in den 70er Jahren dafür ein. Schienen- und Busverkehr Der Herdecke ist im Schienenpersonennahverkehr über zwei Stationen, den Bahnhof Herdecke und den Haltepunkt Wittbroek, entlang der Bahnstrecke Düsseldorf, deren Dorf Dortmund-Süd erschlossen, an denen stündlich die Wollmetallbahn von Dortmund-HBF über Hagen nach Lüdenscheid verkehrt. Außerdem hieß der heutige Bahnhof Hagen-Vorhalle früher Herdecke, Herdecke-Süd bzw. Herdecke-Vorhalle. Es bestanden Planungen, die Wollmetallbahn von Dortmund über Hagen nach Lüdenscheid als Stadtbahn zu führen. Die Stadtbahn sollte direkt vom Dortmunder Hauptbahnhof über das Hagener Stadtzentrum bis in die Innenstadt von Lüdenscheid verkehren. 1997 wurde dazu ein Konzept zur Regionalstadtbahn Hagen vorgestellt. Es wurde jedoch trotz des verkehrlichen Nutzens aus Kostengründen nicht verwirklicht. Der Ende des 19. Jahrhunderts errichtete Bahnhof Herdecke wurde im Zweiten Weltkrieg am 23. März 1945 bei einem Luftangriff zerstört und konnte erst 1960 wiederhergestellt werden. An den alten Bahnhof erinnert noch ein Schlussstein mit der Jahreszahl 1878, der in die Fassade des neuen Bahnhofes eingemauert wurde. Es gibt sechs Buslinien, die den Ort zum Teil mit benachbarten Städten verbinden, mit Witten von Hagen über Herdecke zur Dortmunder Stadtgrenze mit Weiterfahrt nach Dortmund, Linien nach Wetter und zur innerörtlichen Erschließung. Umgekehrt haben die Sparzwänge der öffentlichen Hand bereits zu erheblichen Ausdünnungen und teilweise Tagbrüchen mit der Folge von Anschlussverlusten geführt. Für den gesamten öffentlichen Personennahverkehr gilt der Tarife des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr, teilweise auch der Verkehrsgemeinschaft Ruhrlippe und Tarifraum überschreiten der NRW-Tarif. Ein Bürgerbusverein betreibt mit ehrenamtlichen Fahrern tagsüber mit mehreren Linien Verbindungen ergänzend zum Angebot des ÖPNV. Zudem führt eine Linie des Bürgerbusverkehrs aus der Nachbarstadt Wetter zum Gemeinschaftskrankenhaus Westende. Durch das Herdecker Stadtgebiet führt keine Autobahn. Die Anbindung an das Fernstraßennetz erfolgt über die Anschlussstelle 88 Hagen West der A1 und die Anschlussstelle 8 Dortmund Süd der A45. Durch das Stadtgebiet verläuft die Bundesstraße 54. Öffentliche Einrichtungen in der Stadt ist das erste deutsche anthroposophisch geprägte Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke ansässig. Im Hausende bestand bis zum Ende des Zivildienstes in Deutschland eine Zivildienstschule. Herdecke verfügt über fünf Grundschulen, eine Förderschule, eine Hauptschule, eine Realschule sowie ein Gymnasium. Des Weiteren gibt es die Städtische Musikschule und die Volkshochschule Witten-Wetter-Herdecke. Vom GKH Herdecke ging die Gründung der in der Nachbarstadt Witten angesiedelten privaten Universität Witten-Herdecke aus, deren Namensgebung die nach wie vor enge Beziehung verdeutlicht und Herdecke sehr bekannt gemacht hat. Allerdings führt diese Bezeichnung des Öfteren dazu, dass Herdecke irrtümlich als Stadtteil von Witten angesehen wird. Hilfsorganisationen Deutsche Lebensrettungsgesellschaft Ortsgruppe Herdecke Deutsches Rotes Kreuz Ortsverband Herdecke Freiwillige Feuerwehr Herdecke Johanniterunfall Hilfe Ortsverband Herdecke Technisches Hilfswerk Ortsverband Wetter mit Zuständigkeitsbereich Wetter und Herdecke Über Herdecke werden Lokalausgaben der zur WRZ-Mediengruppe gehörenden Tageszeitungen Westfälische Rundschau und Westfalenpost produziert. Außerdem erscheinen wöchentlich die beiden kostenlosen Zeitungen Wochenkurier und Stadtanzeiger. Als Lokalradio informiert der kreisweite Sender Radio Enne Peru über die Geschehnisse in der Stadt. Im Fernsehen berichtet der WDR als drittes Fernsehprogramm im Rahmen der Lokalzeit im Rewe aus dem Studio Dortmund auch über Herdecke. Ansässige Unternehmen Größter Arbeitgeber der Stadt ist mit über 1000 Arbeitsplätzen das Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke. Herdecke ist außerdem Standort mehrerer bundesweit bekannter Unternehmen. Die Firma Dörken stellt Bauverbund Folien und Lacke unter den Markennamen Delta und CD Color Hair sowie Dörken MKS Systeme, Mikro-Korrosionsschutzsysteme. Idealsparten ist eine Schaufel- und Spatenfabrik, die bereits zur NS-Zeit als Großlieferant des Reichsarbeitsdienstes bekannt war. Die Pharmazentrale Dr. Püllmann Medizintechnik und Arzneimittel stellt unter anderem die Produkte Teiginseng und Voltax her. Im Steinbruch der Firma Grandi wird Ruhr-Sandstein gewonnen. Des Weiteren unterhält das Unternehmen Mark G. aus der Nachbarstadt Hagen das Kuno-Kraftwerk und die Essener RWE AG das Köppchenwerk in Herdecke. 2005 aufgegeben wurde der Standort Herdecke nach 30 Jahren von Westfalia Search vormals Westfalia Separator bzw. Westfalia Landtechnik, die als einer der weltweit größten Melkanlagenhersteller gilt. Persönlichkeiten Felix Biermann 1969 in Herdecke geborener Mittelalter Archäologe Roy Bleck der in der Nähe von Augsburg geborene Schlagermusiker lebte längere Zeit in Herdecke Karl Döcken Unternehmer, Gründer und Metzen Leonardo Dede Fußballspieler Emil Eckert Fabrikant und Gründer Giovanni Federico in Herdecke lebender Fußballspieler Walter Freitag lange in Herdecke lebender und dort 1958 gestorbener Landrat des ON-Kreises MDL DGB Vorsitzender Hugo Gültner 1866 in Herdecke geborener Motorenbauer und Technik-Pionier Heinrich Habich lange in Herdecke lebender und 1963 gestorbener Druckereiunternehmer Inge Habich in Herdecke lebende deutsche Kunsthistorikerin und emeritierte Professorin Frau des Druckereiunternehmers Heinrich Habich Elke Halt auf der Heide 1940 in Herdecke geborene Filmproduzentin und Schauspielerin Friedrich Harkort in Herdecke beim Harkortschenbesitz gut Schäde beerdigter Unternehmer und Politiker des 19. Jahrhunderts Jörg Hartmann 1969 in Herdecke geborener Theater- und Fernsehschauspieler Pablo Held 1986 in Herdecke geborener Jazzmusiker Annette Humpe 1950 in einem Hagener Krankenhaus geborene in Herdecke aufgewachsene Popmusikerin Inga Humpe 1956 in einem Hagener Krankenhaus geborene in Herdecke aufgewachsene Popmusikerin Lukas Klostermann bei RB Leipzig spielender Fußballer Antje Jackeln 1955 in Herdecke geborene Erzbischöfin von Uppsala in Schweden Hans Jordan Bankier und ehemaliger Besitzer von Hausmalenkrot Marina Kielmann lange in Herdecke lebende Eiskunstläuferin Gerhard Kienle 1983 in Herdecke gestorbener Mediziner und Gründer des Gemeinschaftskrankenhauses Jürgen Klopp in Herdecke lebender Fußballtrainer Hugo Knauer Altbürgermeister von Herdecke Michael Kohlmann aus Herdecke stammender Tennisspieler Stefan Letter in Herdecke geborener Serienmörder Ross Vital Lüder in Herdecke lebende deutsche Malerin des Informel Marian Meder 1980 in Herdecke geborener Schauspieler Matthias Mellinghaus 1965 in Herdecke geborener Ruderer Meinrat Mehlenberger 1924 in Herdecke geborener Kanute Robert Müser industrieller Erbauer und Erstbesitzer von Hausende Philipp Nikolai e.V. Pfarrer in Herdecke im 16. Jahrhundert Otti Pfeiffer in Wesel geborene aber lange in Herdecke lebende und dort 2001 gestorbene Autoren Theodor Henrich Rahlenbeck 1864 in Herdecke gestorbener Fienenpastor von Herdecke Reinhard Rauball in Herdecke lebender Vereinspräsident von Borussia Dortmund Werner Richard Unternehmer, Gründer und Metzen Lars Ricken in Herdecke lebender ehemaliger Fußballspieler von Borussia Dortmund Ilmingat Schäwegerick in Herdecke lebende Politikerin von 1994 bis 2009 Bundestagsabgeordnete Sina Schielke 1981 in Herdecke geborene Leichtathletin Konrad Schieli in Bochum geborener Arzt und Politiker, Gründer und Präsident der Universität Witten, Herdecke Marcel Schmelzer, Fußballspieler Julia Schlecht 1980 in Herdecke geborene Volleyballspielerin Karl Wilhelm Specht 1894 in Herdecke geborener Wehrmachtsgeneral Albert Vögler 1945 in Herdecke verstorbener Industrieller und ehemaliger Besitzer von Hausende Wilhelm Volkart 1815 in Herdecke geborener Maler Rudolf von Beck lange in Herdecke lebender und dort 2008 gestorbener Maler des Informel- und des OP-Art ähnlichen Konstruktivismus Friedelin Wagner 1991 in Herdecke gestorbene Präsidentin der Internationalen Siegfried-Wagner-Gesellschaft Mark Warnecke in Herdecke lebender Schwimmweltrekordler Johannes Zirner 1979 in Herdecke geborener Schauspieler Siehe auch, Regionalverband Ruhr und in Herdecke geborener Schauspieler John Boggs